Vorher haben wir gewusst, dass ich mit Viertmanns Zirl, mit der Rosen, mit 14 Lager herannte. Also so sollten sie geführt. Fünf Wochen hatten wir ein Pferd genommen. Sie sind beide zum Pferd. Das Pferd ist gelaufen und sie sind nur gelaufen durch das Pferd. Die Rumäner sind gefahren. Die Rumäner sind in der Polizei. Das Pferd rief von der Rosen auf dem Fies. Er rief den ganzen Fies bis zur Galenge. In der Sonne ist sie gelaufen. Es blöde, mit der Ballotte, mit allem. Sie haben sie gebracht ins Lager. Sie sind gefahren worden. Sie sind so gedauert zwei Schuße gestorben. Und ob man Zirl und ihn gemacht hat, ein Kasach in den Süden. Und er wollte gefragt, wer ist der Mann und wer seine Schwester. Und er rief den Mann und er rief den Mann. Und er rief den Mann und er rief den Mann und er rief den Mann. Und er rief den Mann und er rief den Mann. und er rief den Mann und er rief den Mann, Ich habe gesehen und habe die Momin mitgelegt. Und ich habe die Schumpels gemacht. Einer von dieser Seite, einer von dieser Seite. Von dem Mund ist es gegangen blöd, von meinem Leben ist es gegangen blöd. Von allem ist es gegangen blöd. Dann habe ich die ältere Schwester genommen. Meine ältere Schwester ist von dem Lager ein bisschen... Sie wurden nicht geschossen. Sie wurden nicht geschossen. Wie viele haben sie geschlagen? Geschlagen, die Eltern. Der Norden hat nun geschah die Kuhl. Sie haben sie hergestellt auf die Kalemis. Nicht, wo sie sich nahe rupt und nicht, wo sie sich trägt. Die Menschen haben sie hergestellt auf die Kalemis, auf die Kuhl. Sie haben sie gegeben, ein Taburet, das ist alles unten. Und im Ganzen hat sie geklappt. Nur in diesen Zielen... Auf die Kalemis man jetzt auf die Knie, oder? Ja, da, auf die Knie. Sie wurden sie hergestellt und nun geschickt. Also eine grobe Sonne mit Steindalach. Sie wurden sie immer hergestellt auf die Knie. Nur in diesen Zielen ist es nicht gewesen. Sie wurden sie in jedem Kopf, in jedem End, in jedem Fies. Sie waren stark. Sie haben sie gespürt mit Blut. Sie haben sie ihre Päsot. Sie war sie in jedem Fies. Vielen Dank.